Der gute Wein hat gerufen und die Steirerinnen und Steirer sind in Scharen zum neuen Genusstempel in Graz am Jornimbring gekommen. Und das, obwohl im neuen Wein und Co. Rauchverbot gilt. Unsere Mitarbeiter zum Beispiel, das ist ganz wichtig, die haben enorme Verbesserungen schon registriert, bei Kopfschmerzen, die sie nicht mehr haben, und die Haut wird besser und sie werden nicht so schnell müde. Man geht trotzdem in ein gutes Weinlokal, auch wenn man dort nicht rauchen darf. Das ist kein Problem, ich kann mir das ja einteilen. Ich suche es mir auch aus, wo ich hingehe. Das ist kein Problem. Nicht rauchen also kein Problem. Umso mehr wurde dem guten Tröfferl zugesprochen. Und einen Geheimtipp gibt es noch. Der heurige Wein wird fantastisch. Der heurige Wein ist sicherlich einer der besten Jahrgänge, den wir mal die letzten 15 Jahre gehabt haben. Der neue Wein-Sample hat täglich geöffnet. Guter Wein ist garantiert, gute Stimmung auch. Sechst, Leidl, und es ist heute der steirische Brach.